Wer für Waffen? Wollen Shotgun kaufen? Wirklich? Wollen Shotgun kaufen? Drei Euro! Ja, gutes Shotgun. Wie viel kosten? Drei Euro. Drei Euro? Haben Sie auch 7er Munition? Ja, hier. Drei Euro. Drei Euro? Drei Euro. Danke sehr. Übrigens, beruflich, ich habe mich so weitergebildet. Ich arbeite mit Menschen. Boah, das haben Sie aber gut gemacht. Ja, wissen Sie, was ich genau mache mit Menschen? Ich bin Scharfschütze. Klasse, oder? Ja? Oh! Oh! Oh, 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 oh! Oh, lol, woff! Uh, junge, was, junge? Weißt du was? Ecke mit dem Dreck. Lord, was ist passiert? Nein! Das ist ein Decker. Keine Ahnung wo der ist, nur die Richtung ungefähr. Genau so heilen wie jeder andere auch. Und das ist ja genauso richtig. Hä? Was ist denn der jetzt? Hallo. Ah ey, sorry Alter, ich habe dich nicht gesehen. Wie wenn du so einen guten Freund triffst, ne? Sorry ey, ich habe dich völlig übersehen. Du, das tut mir so mega leid. Was ist das? 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 Aber er ist ein schlechter Schützer. Schön. Komme. Auf dem Balkon. Meinemst mal kann man die sehen, sonst nicht. Kare hinter uns. Drücke. Die müssen halt rüberkommen. Jetzt wohne gleich. Warten im Endeffekt einfach nur an der Seite hier, bis die uns entgegen gefahren kommen. Ich wette mit dir. Die warten da selber auf irgendwen. Ja, perfekt. Ah ja. Ja, die warten. Lauf mal hier oben. Warte, also die haben da wirklich gewartet. Und dann kommen die jetzt zu uns, wenn die gelootet haben. Boah, perfekter Plan, Alter. Wenn du denkst, die glücksten. Jetzt gehen sie rein. Da ist immer ein klögeren. Warte, warte, warte. Ich schieße als erstes. Drei, zwei, eins. Warte. Der hebt seinen Maid auf. Kannst du eine Nade für den Saut umwerfen? Zwei Nades. Nein. Komm. Haha. Wer hört hört? Wer ist der klügste im ganzen Land? Wuhu. 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 Hätte dieses Spiel mit der Tür hin und her, eher weitergemacht, aber er hat... Dreck zugeschlagen. Wie der die Tür der Vorher zugemacht hat. So... NEIN! Här bin ich nicht! Ick vaisёр. Rollertschrift in die Westen. Super auf Stream Sniper. Ui, ui, ui. Police! Stop! Oh, wow! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, hier. 2 Euro. 2 Euro? Warte, warten Sie, warten Sie. Hier, 2 Euro. Danke sehr. Übrigens, ey, beruflich, ich hab... Muss ich Ihnen erzählen, ich hab mich so weitergebildet, ne? Ich arbeite mit Menschen. Boah, das haben Sie aber gut gemacht. Ja, wissen Sie, was ich genau mache mit Menschen? Ich bin Scharfschütze. Klasse, oder? So, liebe Freunde, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen. Lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Meiner Meinung nach waren da sehr witzige Situationen dabei. Kostet euch keine Mühe und hilft mir ungemein. Und weil Katzen und Hunde immer viel Klicks geben, hier ein Hund, der gerade trinkt. Scotty, möchtest du dazu noch etwas sagen? Nein. Bis morgen, ciao.